ja hallo leute wir sind hier am pennen wie man gerade sieht und ja wir müssen schauen wie wir weiterkommen. ach nee, Toni läuft dann noch rum. aber warte mal, Toni? Toni gehört doch gar nicht zu uns. wer ist denn Toni? oh da sind vier leute. waren die letztes mal schon da? predigerin, weiblich, alter. die sind aber nicht böse, ne? wird so nicht, sonst wären die ja schon bei uns in der tür. alles klar, schauen wir mal in der nächsten folge, äh in der nächsten folge, nach dem logo natürlich, ne? so, ja ich habe keine ahnung was die jetzt hier machen. Toni ist Chirurg. sind das neue leute von uns? nein, ne? nein, wir haben nur die drei. kann man mit denen sprechen? Rivalen, Snow, Toni, Lamp, alles Rivalen. Snow, ja weiß ich nicht was die hier machen. soll uns jetzt auch erstmal, glaube ich, nicht ganz so wichtig sein, oder? oder doch? die gehen jetzt hier aber nicht in die Fallen, oder? jetzt hier über die Barriere gehen sie auch noch rüber, auch interessant. ich komme mich gar nicht in den Sinn, dass ich letztes mal irgendwie eine Meldung dafür hatte, hm? Kühlraum, das ist erstmal was. ok, verstanden. wir müssen Kühlraum haben, genau. und den wollten wir ja hier bauen, glaube ich, ne? das heißt, eigentlich müssten wir hier mal schauen, dass das hier mal vorangeht, aber er ist jetzt hier nicht wirklich derjenige, der was kann, oder? Wehle ist ein Schmied. aber mehr kann ich nicht. und sie forscht schon mal auf jeden Fall, aber die Forschung geht auch nicht voran. Entschuldigung, jetzt bin ich echt am überlegen, dass ich erstmal hier diesen Raum fertig kriege, damit ich das mit der Klima auch hinkriege, ne? ich glaube, da müssen wir dann schauen, dass wir da eine Klimaanlage reinmachen, ne? Möbel, ist das unter Möbel? Ne, ne? Böden, Sicherheitsstrukturen? Ne. Strom. Ja, Strom müssen wir erstmal auch kriegen dann, ne? Holzbetriebener Generator. Ach, den haben wir schon da aufgestellt. Der steht da auch schon, ne? Okay, hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass der schon gebaut ist. Dann brauchen wir noch Leitung erstmal. Oh, das war schon offen. Stromleitung. Warte mal, wir wollen da hin, das heißt, wir müssen eigentlich hier jetzt so die Stromleitung bauen, ne? Aber das fehlt mir wahrscheinlich das Material sogar für, ne? Stahl. Ja, das wird schwierig. Strom. Windturbine. Das ist Stahl und das ist auch ein Stahl. Kann unter Wände und anderen Bauplätzen. Bauplatz ist bereits belegt. Ach so, okay. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das? Schlachtplatz, okay. Stahlreste. Ah, wir müssen den Stahl erstmal abbauen vielleicht, ne? Das sollten wir mal als erstes machen. Aber Willi ist jetzt nicht der Schnellste dafür, ne? Und wer macht hier Essen? Aufgaben? Noch ein paar mehr hier. 15. Ich hab Angst, dass wir verhungern, ne? Was machen unsere Kartoffeln denn? Und der Wachstumsrat 116. Gewachsen 25%. Ich glaube, wir hätten vielleicht was anderes pflanzen müssen, dass das schneller wächst, ne? Die Kartoffeln wachsen einfach zu langsam, ne? Oh Mann, ey. Vielleicht machen wir hier neben nochmal was. Und dann was, was schneller wächst, oder? Anbauzone. Anbauzone. Jetzt wurde da noch ein... Erlaubtes Gebiet erweitern. Ne, das... Zeig die Informationen an. Wachstumsdauer 3 Tage. Was ist denn mit den Kartoffeln? Erwachstumsdauer 5,8 eigentlich. Die müssen ja auch fertig werden, ne? Was wächst denn hier am schnellsten? Oh Mann, ist schon mal nicht... Wahrscheinlich tatsächlich die Reispflanzen, ne? Aber ich habe keine wahrscheinlich. Das ist das nächste, ne? Was macht er jetzt? Okay, jetzt wird das Feld bearbeitet. Oh, wie sehe ich das? Ah, doch, wir haben wohl Reispflanzen. Na, dann geht's ja. Aber ich weiß nicht, was schneller ist. Hier oder da? Wachstumsrate ist da 116% und hier nur 100%, ne? Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Und hier sind sogar 140%, sehr gut. Ist schon 1,6 gewachsen. Kaum angepflanzt, schon gewachsen. Okay. Und er macht hier jetzt das Abbauen da draußen. Wie ist denn mit unserem Essen? Was ist das hier? Bauteile. Silber haben wir auch schon. Hier sind Überlebensrationen, ja. Medizin, da ist auch Medizin. Aber ist das hier Kräutermedizin? Wo ist denn unser Essen? Hier ist doch noch gar nichts gemacht, oder doch? 0 von 15. Ja, das fehlt noch. Weil wir keine Rohstoffe dafür haben. Aber warte mal, das können wir nochmal angucken, oder? Ja, Pause wenn du es nimmst. Erlaubt es, erlaube frisches. Fleisch nicht vegetarisch, ja. Sieht eigentlich so aus, aber wir haben wahrscheinlich nichts, dass das klappt, ne? Sollten wir hier mal Beeren sammeln, oder? Ernten. Ich mach das mal hier händisch, damit die mir nicht so nachher da irgendwo weglaufen, oder so. So, jetzt haben wir wenigstens Beeren dann. Und diesen 5 Sträuchern. Sonst sehe ich jetzt auch noch nichts, ne? Okay, der Reis wird jetzt gepflanzt. Fallen haben wir. So, er hat jetzt schon einmal das da abgebaut. Das ist ja schon mal was. Haben wir das auch schon gesagt? Abbauen? Ja, haben wir auch gesagt. So, dann Architektur nochmal. Strom. Aber ich hab noch keinen Stahl jetzt hier, oder doch? Ah doch. Doch, das würde gehen. Und da müsste ich jetzt dann die Klimaanlage hinhaben. Aber wo war die? Und die Möbel nicht, ne? Oder doch? Diverses. Oh. Entspannung, Temperatur. Da ist er. Kühlung. So, kalt drinnen. Und das andere draußen, ne? So rumdrehen? Ne, so rumdrehen. Ich meine so. Ja, aber ich kann sie da nicht hinpflanzen, weil... Zu wenig auf Lager. Ich weiß nicht, was ist denn zu wenig auf Lager? Stahl, okay. Was haben wir hier nochmal? Stahl 36, okay. Aber er macht ja da schon weiter. Das war hier Maschinenteile, ne? Maschinenreste, okay. Vielleicht sollten wir die auch nochmal abbauen. Aber erstmal hier bitte. So, jetzt haben wir hier. Nehmt er schon weg, ne? Okay, da wurde jetzt was gemacht, aber Architekturtemperaten haben wir schon offen. Das würde sogar gehen jetzt, ne? Aber ich kann es nicht hinbauen, weil das muss erst abgebaut sein. Hm, auch schön, ne? Aber er braucht unwahrscheinlich lange dafür, oder? Ja, aber das können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Sie forscht hier, und die Forschung geht ja, ne? Sterile Materialien. Dauert. Aber er kommt jetzt doch vielleicht schon einen Tacken schneller vor, wie da drin. Da kann er sein. Wir müssen nur gucken, dass er nicht gleich hier weiterbaut und sich einbaut, während wir da was hinstellen würden, ne? Aha, jetzt hat das schon mal geklappt. Sie bringt sofort hier Steine weg. Was ist das? Ach, das ist tatsächlich Stahl. Jetzt haben wir noch mehr Stahl, ne? Was macht sie denn jetzt? Halt. Wandert umher. Ja. Ja, das funktioniert dann hier nicht so, ne? Zuweisung. Ne, Zuweisung waren das nicht. Arbeit da. Bergbau. Fertigkeiten 4. Komm, dann kann ich auch noch Bergbau machen, wenn die 4 da hat. Ah, jetzt spielt sie am Hufeisen. Ja, okay. Er ist jetzt so weit, dass er da was hingekriegt hat. Architektur. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, oder? Das sieht so aus, dass wir das bauen können. Ah, jetzt wird das erste Mal hier Essen wieder gemacht, weil die Bären gepflückt worden sind wahrscheinlich, ne? Also sie macht jetzt auch schon mal was. Aber wir müssen noch mehr abbauen. Hier, zack. Da haben wir schon ausgewählt. Abbauen. Gestein abbauen. Das ist alles Metall, glaube ich. Haben wir hier denn... Irgendwo eine Anzeige, wie viel das produziert. Trefferpunkte 100 Entflammbarkeit. Aufbauaufwand 42. Tja, weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Jetzt spielt er hier mit dem Hufeisen. Und Redrum ist schon am schlafen. Aber die hat noch was zu essen gemacht. Hier zwei einfache Mahlzeiten, okay? Ja. Das mit den einfachen Mahlzeiten wird ein bisschen knapp, ne? Haben wir denn hier irgendwo noch Bären zum Abpflücken? Sieht gerade nicht so aus, ne? Das war ja nichts zum Pflücken, ne? Hier unten sind noch Bären. Dann hol die doch auch mal. Was sind das für Sachen hier? Wilde Heilwurzel. Die holen wir auch die beiden. So weit ist das nicht weg. Aber wir haben auch näher was. Hm, naja, ist egal das. Ich glaube jetzt habe ich daneben geklickt. Pflanze entfernen, also nicht fertig. Achso, das ist unser Müllabfuhr. Ich sehe jetzt tatsächlich nichts weiter zu essen hier gerade, ne? Hier oben sind noch ein paar Büsche. Ernten. Weil hier ist ja nichts zu ernten, oder? Was haben wir hier gebastelt? Eine Lagerzone. Okay, Essen nur zwei, ne? Was haben wir hier mit vier? Überlebensrationen. Haben wir nur noch vier. Ist also nicht so dolle. Lassen wir gerade schneller laufen, bis die wieder aufstehen. Ach, der Hund ist wieder da. Der ist wieder fit. Ist gesund. Unbegrenzt. Wandert umher. Was macht er? Was ist das? Ach, der isst jetzt Beeren. Der hat beide Beeren aufgegessen. Naja, der darf auch nicht sterben, ne? Aber das vergisst man jetzt so, dass der auch noch Hunger hat, ne? Aber der hat uns schon gute Dienste erwiesen, ne? Komm, los. So, da wird Holz geholt für das Feuer. Okay. Brandstoff 20 ist da drin. Und jetzt wird hier weitergearbeitet. Okay, da wurde jetzt was weggeholt. Erstmal der Stahl. Der Stahl wird aufgeräumt. Sehr gut. Holt nochmal den Stahl. Wo sind die anderen jetzt hingegangen? Ach, hier. So, baut einer jetzt hier die Dingens? Oh, jetzt baut er natürlich hier drinnen Gestein ab, ne? Wenn jetzt einer hier die Klimaanlage baut, haben wir ein Problem, oder? Wo sind die denn? Zum Ort springen. Ah, die sind schon weg, ne? Es wird hier weitergearbeitet, aber da ist es wohl irgendwie schwieriger, ne? Den Stahl hat er gut abgebaut gekriegt hier, aber das restliche wohl nicht. Aber, achso, da oben hat man auch gesagt, abbauen. Ja, stimmt. Maschinenreste. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Kommen da jetzt Bauteile raus? Aber er braucht unwahrscheinlich lange hier, der Beli. Was war das? Irgendwo ein Einschlag? Ich habe aber nicht mitgekriegt, wo, oder? Brennt sie irgendwo? Das sind hier. Da sind Pferde. Hier wohl, ne? Geysir, ne, das ist ein Geysir. Das ist nicht ein Einschlag gewesen. Also ich habe nichts mitgekriegt, oder? Wurde mir jetzt auch nichts angezeigt. Ja, jetzt baut er die Klimaanlage. Ist klar, ne? Jetzt hat er sie eingeschlossen, der Held. Oh, ne, ne? Der kommt da nie wieder raus. Ja, abreißen. Warum nicht kriege ich meine Rohstoffe alle wieder, weil der wird sich hier nicht freibuddeln können. Das waren jetzt Bauteile, okay. Haben wir wohl noch mehr Bauteile dann. Wo ist denn unsere dritte Person jetzt hier? Ah, die holt bestimmt Essen, ne? Was ist das? Ein Hase. Ah, Zemo gescheitert. Okay. Hat noch nicht geklappt. Und bei ihm wird auch nichts klappen, ne? Er wird gleich verhungern und verdursten, wenn er da nicht rauskommt. Ja, da müssen wir erst hier gucken, dass wir jetzt hier... Jetzt reißt er das ab, oder? Ja, muss er. Hat ja anders keinen Sinn, der Held. Das geht jetzt hier ziemlich langsam voran, ne? So, jetzt ist das schon mal wieder kaputt. Maschinenteil aber wieder vielleicht die Hälfte vom Stahl, ne? Machen wir schneller gerade. Sie räumt jetzt was weg. Forschung ist so 50% fast. Das sind alles hier Dingens-Teile, ne? Ja, komm, dann lass das hier mal auch abbauen. Wird schon abgebaut, okay. Warte mal, dann können wir doch wieder die Klimaanlage da hinbauen. Das war zwar jetzt doof, aber ich kann es auch nicht ändern. Erlauben. Dürfen nicht interagieren. Vielleicht klappt das damit jetzt erstmal. Aber ist jetzt auch hier... Ich will ja erstmal hier gucken, dass das... Sag schon. Daneben vielleicht eine Tür wird, oder sowas. Jetzt bauen sie das alles ab. Zu zweit. Zu dritt. Sie räumt auf. Wer ist denn hier mit Essen zuständig? Eigentlich keiner, weil wir auch gar nichts zu essen haben. Ist denn hier gefarmt worden? Da steht es dran, aber es macht keiner. Okay, wir werden gleich schon wieder Hunger haben. Und hier nur noch zwei Rationen und dann war es das schon, oder was? Wir werden sehen. Jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir hier vorankommen. Einmal essen, nochmal essen. Wenig Nahrung, genau so ist es. Jetzt wird es dunkel. Ist das alles Stahl? Das ist wohl alles Stahl, ne? Wenigstens etwas, ne? Hier muss eine Tür dann nachher hin. Weil das soll unser Essensraum werden. Willy macht jetzt Party und hier sie. Vielleicht hätte einer essen gucken müssen. Kann man das irgendwie priorisieren? Stoppen, ne? Hier nicht auf jeden Fall. Zeitplan, okay. Ja, nützt nichts, lass mal schneller voran laufen. Wer schläft hat keinen Hunger, oder wie war das, ne? Schauen wir mal. Transportkapsel Absturz. Die Niedriglohnarbeiterin namens Meiser stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Mehrseite für eine Fraktion Pfergalium. Du kannst sie einfangen, um sie zu retrotieren und okay. Kann jeder sehen. Handlungsunfähig. Handlungsunfähig, okay. Dann müsste ich sie jetzt einsammeln. Handlungsunfähig. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Nicht erforderlich für Leichen. Ja, was machen wir damit? Was mache ich mit der? Gute Frage, ne? Aber wir sind schon 23 Minuten unterwegs. Ich glaube, das legen wir mal in die nächste Folge rein. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. ... ... Vielen Dank.